Hey du Süßen, ja? Bist du wieder am singen? 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 Immer müssen irgendwelche Leute daherlaufen. Die sehen mich aufbekommen, aufnehmen, Aufnahmen machen, muss immer einer daherlaufen, mit Absicht. Bist du wieder am singen? 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 es gibt da wirklich bescheuerte leute auf deutsch gesagt oder kinder die sehen mich auf bekommen aufnahme machen aufnehmen und lassen mitten in den aufnahmen rein mit absicht und mit absicht mit voller absicht mit in aufnahme rein rasen und mit einer aufnahme daher laufen wird in der aufnahme tun sie mit absicht daher laufen die leute oder die kinder kinder oder leute gibt als solche bescheuerten leute kann man halt nichts machen die mit absicht aufnahme reinlaufen wenn sie mich auf dem balkon stehen sie hätten aufnehmen sehen so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielen Dank. So, jetzt ist er echt bald ein Beweis. Es gibt bei uns nämlich später Unwetter. Es ist besonders schwarz. Die haben eigentlich auch Regen oder Gewitter gemeldet. Eins und Beiden. Aber es ist auf jeden Fall schwarz bei uns. Es geht schon nämlich Fenster aus, bei uns. Ja. Ich muss leider zurückgehen, weil da unten nämlich ein Mobber herfährt mit einem Roller. Und vorhin nämlich ein Mobber mit einem Roller her. Ja, deswegen. So, hier sieht man es genau. Es wird schwarz überall. Es geht später. Heute noch Unwetter. Ich wünsche euch allen einen schönen Donnerstagabend. Ja. Bis dann.